Wir haben fünf Fragen mit Paolo Sergio. Was ist die beste Atmosphäre in der Bundesliga? Ich glaube, dieses Spiel ist eine super Atmosphäre. Und die beste Atmosphäre in der Welt? Und Ciro. Und wie findest Fußballfans in den USA? Gut, nicht wie hier, nicht wie in Brasilien, aber gut. Freiepack oder letzte Minute Tor? Letzte Minute Tor. Beste Spiele, du hast gespielt gegen einen? Riquelme. Und bestes Spiel, du hast gespielt mit? Ronaldo Phenomeno. Danke. Bitte schön.